Mein Name ist Jürgen Beser und ich bin Geschäftsführer der Infrastruktur E-Straße GmbH aus Berlin. Wir bieten ein webbasiertes Leitungsauskunftsportal, das die Vermittlung von Leitungsanfragen und Leitungsauskünfte inklusive Genehmigungen vermittelt. Nicht nur eine Anfrage zu einem Versorgungsunternehmen, sondern zu mehreren. Wir sind in Berlin tätig und wir rollen derzeit es nach Brandenburg aus. Wir bieten diese Dienstleistungen für Architekten, Planer, Tiefbauer, Versorgungsunternehmen, aber auch Behörden oder deren Beauftragte an, um diese Leistungen zu nutzen. Das Portal ist aus einem PPP-Modell in Berlin entstanden, zwischen Verwaltung und Wirtschaft. Und derzeit nach unseren Erkenntnissen das einzige Prozessportal in Deutschland, was diesen Prozess durchgängig abbildet. Wir stellen auf der Intergeo das Portal und die Hintergründe, wie ist es entstanden, was kann das Portal, aber auch in puncto Baustellenkoordinierung, welche Überlegungen gibt es dort. Vielen Dank. Vielen Dank.